Bei einem Akkugürtel handelt es sich tatsächlich um einen Gürtel, der sehr anpassungsfähig um die Hüften getragen wird und an welchem mehrere Akkuzellen befestigt sind. Von der Größe her müsst ihr euch dies ähnlich wie auf diesem Foto hier vorstellen, nur eben, dass der Gürtel rundherum generell aus Akkus besteht, die sehr schwer sind und eine Stromspannung von 12 bis 14 Volt in sich tragen. Damit einen das Gewicht nicht drunter zieht, trägt man oft auch eine Art Geschirr über den Schultern, welches man dann am Hüftgurt befestigen kann. Mithilfe dieser Akkugürtel versorgt man mehrere Beleuchtungssysteme mit Strom, wie zum Beispiel Kopflichter von Kameras, die so wie hier auf diesem Foto ausschauen können, aber auch oft einem Scheinwerfer ähnlich sind. Aufgrund des großen Gewichts in der Akkugürtel werden diese jedoch nur in jenen Momenten eingesetzt, wenn komfortablere Akkusysteme zu teuer sind, so beispielsweise unter anderem auch bei Web- und Industriefirmen.